Wir sehen das Morgen anders. Verantwortung der Zukunft wegen. Ein Versprechen an kommende Generationen. Ein Versprechen an uns. Ein Versprechen für nachhaltiges Wirtschaften. Unser Engagement verbindet Energie und Leidenschaft im Auftrag einer gesunden Zukunft. Unsere Vision? Dass zirkuläres Wirtschaften in Österreich Realität wird. Geprägt durch den Leadership führender Unternehmen. Aber wie wird unsere Zukunft aussehen, wenn wir unsere Ressourcen überlasten? Kreislaufwirtschaft ist die Lösung für eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft. Eine Zukunft, die die Natur in voller Pracht erstrahlen lässt. Klar kletchernde Gewässer und Luft, erfüllt von Reinheit und Leben. Ökologie ist der erste Grundpfeiler der ARA. Leidenschaft und Entschlossenheit vereinen Nachhaltigkeit und wirtschaftlichen Triumph. Wir packen mit an. Kreislaufwirtschaftsstrategien und Konzepte werden Realität. Forschung bringt Antworten auf die Fragen, die unsere Wertschöpfungskette stellt. Und deshalb ist Ökonomie der zweite unverzichtbare Grundpfeiler der ARA. Die Frage, ob Unternehmen nachhaltig handeln, stellt sich nicht mehr, sondern nur mehr das Wie. Dafür helfen wir seit drei Jahrzehnten, österreichische Unternehmen zu stärken und die wunderschöne Natur unserer Heimat zu bewahren. Und deshalb ist Österreich der dritte Grundpfeiler der ARA. ARA – die Zukunft der Kreislaufwirtschaft in den richtigen Händen.